Und zwar reagieren wir auf hungriger Hugo und dann gehen wir sofort rein in Minecraft. Ganz komisches Land von hungriger Hugo. Let's fucking go. Auf geht's. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Absolut. Es lohnt sich nicht. Hungriger Hugo gerade einen richtig kranken Hype, wirklich. Aber auch verdient, nach wie vor. Keine Ahnung, welches Land das... Keine Ahnung, welches Land das... Schottland. Das ist Schottland, Leute, klar. Minute nur geöffnet. Land. Wir können direkt eine Wette machen, Chat. Wir können direkt eine Wette machen. Schaffe ich es, dass ich nicht lachen werde? Schaffe ich es nicht zu lachen, Leute? Motz macht eine Wette rein, wenn ihr gerade da seid. Schaffe ich es nicht zu lachen? Schaffe ich es nicht zu lachen? Das ist Costa Rica, oder? Ist das Costa Rica? Ist das Costa Rica? Costa Rica. Ja, ist es. Warte, wir warten kurz, bis die Mods mit der Prediction reinschallern, Alter. Wir werden schon verloren. Ja, ab jetzt, sag ich, ne? Kann doch sein, dass gar kein Mod da ist. Carry, Digga. Hui. Carry, mashallah, die Hübsche. Was geht, Carry? Schön, dass du wieder da bist. Kein Mod da. Mod check. Bang, bang. Das ist doch nicht Thailand. What the fuck? Thailand sieht anders aus. Das ist Kurdistan. Ja, sauwitzig. Sauwitzig, Digga. Sauwitzig, Alter. Ähm. Okay, Leute. Schaffe ich es nicht zu lachen? Rein in die Prediction. Rein in die Prediction. Kerbo TV. Inshallah, Baby. Ich hab dich nicht gesehen. Leute, ich bin heute so hübsch, weil ich meine andere Farbe anhab als Schwarz, Digga. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es steht mir, Leute. Es steht mir sehr, oder? TJ-Fucking-Biest-Boy-Hoodie. Most comfy-Hoodie. Fucking alive, Guys. I swear to God. Der shit is so unfucking believable comfy. Like, in it is so fucking nice. Like, it's cozy and what? Like, I really, really like this hoodie, man. What can I say, dude? Aber ja, ähm. Shut up. Du, shut up. Okay, äh, wir machen weiter, Leute. Rein in die Prediction. Ich werde jetzt versuchen, nicht zu lachen. Ich werde versuchen, nicht zu lachen, okay? Let's go. Ja, was? Eine Mannschaft. Lachen, das ist Montenegro, glaube ich, oder? Lachen ist, äh, wenn ich tatsächlich richtig los, also wenn ich so, ha, 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 das ist es, wenn ich lache. Grinsen und so, also, es muss ein Sound rauskommen, dass wir die Regeln hier haben, okay? Es ist Ägypten. Stimmt, das ist Ägypten. Das ist Ägypten. Ja, Ägypten. Ähm, ganz komisches Land. Brasilien. Ja, den Clip kennt man ja schon. Alter, Tommy hat sich wirklich gemacht. Ich komme halt aus dem Thorn. Sag mal, du... Ah, du Wichser, Digga! Adlerson. Och, Digga, ne. Boah, Junge. Boah, Junge. Das ist mir. Du wirst wahrscheinlich fragen, wie ich in dieser Situation endet. Nicht verloren, nein, nein, nein. Nicht verloren, nein. Verloren ist, wenn ich... Jetzt kommt es wieder. Agata hat wieder gezaubert. Du musst den Kran lenken, du musst rein in den Sitz, Sitz. Du musst... Wie denn? Ganz unten, die Bedieneinlage. Vier-Eck, äh, Vier-Eck drücken. Vier-Eck. Ach, das ist Cola. Ach, nein. Ach, nein. Ey, leck mich am Arsch! Das geht überhaupt nicht! Ach, nein. Mann! Wir sind noch drin, wir sind noch drin, wir sind noch drin. Wir sind noch drin. Ein Lachen ist... Wenn ihr... Wie soll ich mit euch gewinnen? Ich sollte nicht hier sein, ich sollte zurück in der Schule sein, auf der anderen Seite des Oceans. Warum habe ich verloren? Wo habe ich verloren? Es geht um das Geräusch. Die Mods entscheiden, ob ich gewonnen habe oder verloren. Oh nein, wir belasten, Bro. Also Automaten zocken. Spielung. Für die Leute, schmeiße ich den Müll in meinen Kaffee. Ach, Digga, wieso trinkst du dann daran? Nochmal trinke ich daraus dann direkt. Ja, wir haben gewonnen. Ich war dabei. Nein, ich war dabei. Erika, Erika. Oh nein. Are you okay? Running the Baylight. Oh nein. Okay. Findest du deine Bezahlung fair im Vergleich zu Berufen wie Arzt, Lehrerin oder Ingenieur? Noch? Rocker in Norddeutschland. Die Szene wächst wieder. Gewalt bei... ... ... Das ist der Big Mac. Ich auch. Herzlich willkommen, wie du gezehnt das auf. Das war ein Grund fürs Image, dass wir so krasse, heftige Biker sind. Aber dass wir das wieder einsammeln, schneiden wir raus. Meine Wäsche, scheiße, ich muss meinem Bruder Bescheid sagen. Scheiße. Okay, ich zeige euch jetzt mal eine Sache. Ich zeige euch jetzt eine Sache. Wenn ich irgendwann mal vom IS als Geisel genommen werde, wenn ich irgendwann mal vom IS als Geisel genommen werde, dann muss ich einen anrufen und der geht nicht dran, dann ist es mein Bruder. Ja, passt auf, Achtung. Der geht nie dran, der geht nie dran, der geht nie dran, der geht nie an sein Handy. Wenn der jetzt an sein Handy geht, soll ich meine Scheiße... Ah, Scheiße, was geht? Du bist gerade im Stream. Kannst du kurz meine Wäsche in den Trockner tun? Habe ich schon. Okay, danke, ciao. Tschüss. Das kann doch nicht sein. Der ist noch nie, der ist noch nie im Leben ans Handy gegangen, Digga, der ist noch nie in seinem Leben ans Handy gegangen. Der geht nie dran, der geht nie dran, der geht nie an sein Handy, der geht nie an sein Handy, egal was ist, nie. Ja, Digga, da muss ich jetzt wohl meine Scheiße fressen. Ah, Scheiß drauf, komm. Genau, wir waren, also wir haben es... Können wir davon bitte einen Clip haben, das wäre super. Der zu Fürth aus dem Süden, auf den Weg gemacht, dann nach Berlin hoch. Sorry, sorry, es geht nicht. Was ist das? Dieser Sound. Also wirklich... Junge, ja, absolut verloren, absolut verloren, es tut mir leid an alle, die gewettet haben. Das macht dann nach Berlin hoch, um dann von Doris zu fliegen, weil die Flüge aus Berlin sind immer... Also wirklich... Oh! Ach, Digga. Also... Wie sagt man... Ich erwarte wenig, aber hoffe... Er hat einfach... Er hat einfach die Mucke angemacht. Machen wir alles kaputt, viel Show um nix, und dann gibt's zwei kleine Map-Veränderungen. Oh mein Gott! Denadu HS! Denadu HS! Stark! Stark! Starkes Video, meine Freunde, sehr stark, sehr starkes Video!